Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind aktuell noch auf unserer Rundreise durch Vietnam und gerade sind wir in Da Nang, was so ziemlich in der Mitte von Vietnam liegt. Und wir nehmen euch in diesem Video mit und zeigen euch, was ihr in Da Nang und Umgebung alles machen könnt. Wir haben uns gerade einen Roller ausgeliehen und werden als erstes die kleine idyllische Stadt Hoi An erkunden, die ungefähr 40 bis 45 Minuten weg von hier liegt. Der erste Stopp von unserem Hoi An Day Trip ist das Coconut Boat Basket Village und ihr könnt im Hintergrund schon erahnen, warum das Village so heißt. Wegen den Booten, die erinnern, ganz stark an Kokosnussschalen und hier werden Bootstouren angeboten, die über den Fluss führen und wir haben online gesehen, dass es auch sogenannte Spinning Boats gibt. Also manche drehen sich dann mit dir da drin. Wir hoffen, dass wir sowas auch sehen und vielleicht auch mitmachen. Ist dann schon mal nichts für mich, das darf Lukas dann gerne machen. Mir wird dann nämlich schlecht. Aber wir freuen uns, da hinten wird eingestiegen in die Boote und da gehen wir jetzt mal hin. So witzig, wir sind jetzt hier einfach losgefahren. Es hat so viel Spaß gemacht, irgendwie so witzig hier draufzusitzen. Wir haben noch so kleine Hütchen bekommen, die gut vor der Sonne schützen. Mich erinnert das ein bisschen an Autoscooter, irgendwie, weil alle rennen sich ein bisschen gegenseitig an mit den Booten oder wollen schneller sein. Genau. Voll witzig. 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 Was geht denn hier ab? Wir dachten, es wird eine ruhige, besinnliche Fahrt. Aber ganz und gar nichts. Party angesagt. Alle haben irgendwie gute Stimmung. Es wird Karaoke auf dem Wasser gemacht. Und gerade sind wir an diesen drehenden Kokosnüssen hier quasi vorbeigekommen. Ich habe es natürlich probiert. Es hat ungefähr 100.000 in der Mesdodon gekostet, was rund 4 Euro sind. Bisschen viel für die Erfahrung, aber es hat mega Spaß gemacht. Ich meine, für den Gag ist es schon witzig. Das war super witzig und auch kurzweilig, also 30 bis 40 Minuten, könnt ihr hierfür ungefähr einplanen. Und für 8, 9 Euro, die es jetzt gekostet hat, würden wir sagen, eine coole Aktivität, die man hier auf jeden Fall mitnehmen und machen kann. So wie es war, hätten wir es gar nicht erwartet. Es war für uns eine Mischung aus Festival, Ballermann und Autoscooter, weil die Boote sich gegenseitig immer gerammt haben. Es war super witzig. Ihr könnt sogar Karaoke machen auf so einem kleinen Miniboot, wenn ihr das wollt. Ihr könnt euch drehen lassen, so wie Lukas es gemacht hat. Es war echt mehr los als gedacht. Viel mehr Party als gedacht, aber richtig schön. Also für uns ein guter Start in den Tag. Auf jeden Fall, nehmt Bargeld mit, weil man zahlt alles mit Bar und kann hier auch nicht wirklich Geld tauschen. Von daher, nehmt Bargeld mit. Und wir fahren jetzt Richtung Hoi An, Altstadt. Also wieder ab aufs Motorbike. Wir sind jetzt in Hoi An in der Altstadt angekommen und sind super überwältigt. Das ist so schön. Kleine schnuckige Café, süße Läden, Restaurants. Und wir haben uns jetzt erstmal in ein hübsches Café gesetzt, trinken einen kleinen Coconut-Coffee, kleiner Tipp für Veganer, sagt einfach, ihr wollt ohne Kondensmilch, dann geht das auch. In den meisten Fällen jedenfalls. Hoi An gehört zu den schönsten Altstädten in ganz Vietnam. Und den Charme können wir auf jeden Fall spüren. Das hat früher mal zur Seidenstraße geführt. Das heißt, hier führte die Seidenstraße entlang. Und das erkennt man auch unter anderem noch an den vielen Geschäften. Was ganz typisch ist, was viele Touristen auch machen, ist, dass sie sich hier Anzüge oder Kleider maßschneidern lassen. Das steht für uns jetzt nicht auf dem Zettel. Aber wenn ihr das vorhabt, dann ist es auf jeden Fall eine sehr günstige Alternative, das hier in Hoi An zu machen. Sie hat sich hier so ein bisschen durch die Straßen gelaufen. Und es sind wirklich süße Gassen. Viele Läden, viele Cafés und Restaurants. Gefällt uns richtig gut. Dann waren wir jetzt gerade auf dem Weg zur japanischen Brücke. Also Japanese Covered Bridge heißt die. Genau. Und wir kommen an und denken, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Naja, sie ist gerade natürlich under construction. Also es wird gebaut. Man sieht es hier hinter uns so ein bisschen. Also es ist komplett in so einem... Ja, in so einem Gerüst eingehüllt. Man sieht es ja eigentlich gar nicht. Ja, schade. Aber wir laufen einfach mal ein bisschen weiter und gucken uns den Rest der Altstadt an. Wir sind jetzt hier eine Weile durch die Altstadt gelaufen. Und eins steht fest, Hoi An ist am Tage schon richtig schön. Aber wir haben gehört, dass Hoi An vor allem bei Nacht nochmal so richtig zum Leben erwacht. Also schauen wir mal, wie es bei Nacht aussieht. Wir haben uns jetzt auch zwei solcher Laternen hier geholt und werden die gleich ins Wasser lassen. Im Prinzip funktionieren die wie ein Geburtstagskuchen ohne das Auspusten. Ihr dürft euch was wünschen, dann die Laterne ins Wasser gleiten lassen und euer Wunsch geht in Erfüllung. Das heißt, wir wünschen uns jetzt gleich was und schicken die ins Wasser. Verraten euch aber natürlich nicht den Wunsch, sonst geht ihr nicht in Erfüllung. Wir lassen unseren Tag jetzt ausklingen in der Chic Pea Eatery. Sehr, sehr schönes Restaurant, ein bisschen abseits vom Schuss. Das mögen wir mehr, weil es ruhiger ist und das coole hier auch ist, dass es komplett vegan ist. Es gibt natürlich aber auch viele Restaurants vorne direkt am Wasser und ins Band mittendrin. Wir müssen echt sagen, Hoi An gefällt uns richtig, richtig gut. Man kann hier viel sehen, man hat viele Cafés und Restaurants. Jedoch würden wir auch sagen, ein Tagesausflug, so wie wir ihn gemacht haben, reicht vollkommen aus, um sich einen guten Überblick zu machen und die Stadt zu erkunden. Guten Morgen! Nachdem wir gestern den Ausflug nach Hoi An gemacht haben, erkunden wir heute Danang. Wir starten mit einem Ausflug zur Statue von Lady Buddha. Das ist eine Statue, die erhöht auf einem Berg steht, von der man auch einen total schönen Ausblick über die Stadt haben soll. Auch die Anlage soll sehr schön sein und da geht es für uns als erstes heute hin. Hier auf der Spitze von den Monkey Mountains steht die größte Lady Buddha Statue in ganz Vietnam. Sie ist 70 Meter hoch und deshalb sieht man sie auch in ganz Danang. Oben auf dem Felsen nachts wird sie auch anbeleuchtet. Sieht super schön aus. Sie befindet sich ein paar Kilometer außerhalb vom Stadtzentrum, also wir sind mit dem Motorbike ungefähr 10 Minuten gefahren. Und auf dem Areal hier befinden sich noch zwei weitere Pagoden. Das Areal ist auch relativ neu, 2004 erbaut und ist einfach super schön, weitläufig. Wir können euch empfehlen, kommt entweder gleich am Morgen hierher oder spät am Abend, um den Menschenmassen und der Hitze ein bisschen zu entkommen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, Lady Buddha, noch nie was von gehört? Ja, haben wir auch zum ersten Mal hier erst in Vietnam entdeckt. Aber Buddha bedeutet übersetzt eigentlich einfach nur erleuchtete Person oder ein höheres Selbst. Und deshalb gehen einige Buddhisten auch davon aus, dass Buddha auch eine Frau gewesen sein konnte. Wir sind jetzt einmal über das gesamte Gelände gelaufen, was doch relativ groß ist und sind hier bei der Lin-Ung-Pagode angekommen. Das Gelände ist wirklich sehr, sehr schön, groß, weitläufig. Man hat viel zu sehen, ist mit einer der schönsten Anlagen, Tempelanlagen, die wir bisher gesehen haben. Und man hat zudem noch einen schönen Überblick auch über die Stadt, wenn man von hier die Skyline von Da Nang betrachten kann. Abschließend bleibt uns eigentlich nur zu sagen, dass es ein echt schöner Platz ist. Wir waren jetzt hier knapp über eine Stunde. Man kann echt viel entdecken und dafür, dass es keinen Eintritt kostet, finden wir es mega. Es ist echt ein bisschen unterbewertet. Wir sind eigentlich nur aus Neugier hergefahren, um uns das mal anzuschauen. Würde uns aber euch echt empfehlen, wenn ihr hier seid, das auf jeden Fall mitzunehmen. Bei uns ist jetzt Lunchzeit und wir sind jetzt hier wieder bei der Chickpea-Eat-Ree. Ihr werdet sich bemerkt haben, gestern waren wir auch in einer Chickpea-Eat-Ree. Das war aber die in Hoi An. Jetzt sind wir ja hier in Da Nang und hier, das ist sozusagen die Mala's Kitchen, wo alles seinen Ursprung gefunden hat. Und da dachten wir, okay, da kommen wir auch auf jeden Fall vorbei. Und als wir gestern in Hoi An mit der Besitzerin gequatscht haben, hat sie uns hier was da gelassen. Sie ist gerade nämlich nicht da, weil sie einen Kochkurs hat. Und sie hat uns versorgt mit veganen Restaurant-Tipps für die anderen Städte, wo wir noch hingehen, also Dalat und Ho Chi Minh. Das hat sie so gut verpackt, das muss ich hier wie so eine geheime Botschaft erstmal auspacken. Und, wow, das sieht aus wie eine ganz lange Liste, tatsächlich. Das ist alles. Das werden wir uns jetzt, während wir auf unser Essen warten, einmal anschauen und abspeichern bei Google Maps. Auf jeden Fall richtig, richtig lieb. Unterstützt die Familie, das ist alles ein Familienbetrieb. Und wie ihr seht, wir sitzen hier quasi in der Küche von der Mutter der Besitzerin hinter uns. Es sieht aus, als ob wir im Wohnzimmer sitzen. Da ist die Küche, wo wir zugucken können, wie Mama direkt für uns kocht. Und das ist einfach eine super Stimmung. Das ist immer richtig, richtig lecker. Und wir genießen jetzt hier noch unsere Golden Milk. Das ist der absolute Renner hier. Und schmeckt uns auch richtig gut. Das machen wir zu Hause auch immer. Ja, die lassen wir uns jetzt auch schmecken, bevor es dann weitergeht, für uns zu den Marble Mountains. Das werde ich heute alleine machen. Und der fühlt sich nicht ganz so gut. Deswegen haben wir auch hier so eine kleine Golden Milk halt beruhigt, um sie wieder aufzupäppeln. Was ist in der Golden Milk drin? Golden Milk ist meistens mit, oh, jetzt stellt es mich auf eine Probe, ist meistens mit Kokosnusswasser oder Kokosnussmilch, Ingwer, Kurkuma, ein bisschen Zimt noch. Je nachdem, wie man es halt macht. Das sind so die Basic-Zutaten. Mega lecker. Auch gesund, hoffen wir, denken wir. Ja, voll. Mega lecker. Schmeckt uns richtig gut. Ich bin jetzt kurz mit dem Motorroller hergedüstet. Es macht einfach so Spaß, hier durch die Stadt mit dem Motorroller zu fahren. Für 150.000 Euro, 150.000 Dong am Tag. Auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Hier, wenn ihr bei den Marble Mountains ankommt, müsst ihr in einen Parkplatz. Wenn ihr mit dem Roller kommt, bezahlen. Hat mich jetzt hier 10.000 Dong gekostet, was ungefähr 50, nicht mal 50 Cent sind. Und der Roller kostet umgerechnet, also 150.000 Dong sind umgerechnet ungefähr 6, 7 Euro am Tag. Also echt ein super Fortbewegungsmittel. Und ich schwinge mich jetzt mal hoch auf die Berge. Mal gucken, wie es so ist. Ich bin jetzt in den Marble Mountains drin und es wirkt wie so eine Art, ich habe gerade erst mal schön auf meine Kamera getropft, es ist hier wie eine Art Höhlensystem, was aber sehr, sehr groß ausgebaut ist. Man sieht hier hinter mir, natürlich, es gibt wieder Altare und auch so ein bisschen Tempelanlagen-mäßige Strukturen. Die Höhlen an sich sind super hoch. Schaut euch das mal an, wie hoch das hier hinter mir hoch geht. Sehr, sehr interessant. Es gibt jetzt gleich hier noch einen Weg, der irgendwie auch ein bisschen bergauf geht oder irgendwie nochmal hoch geht. Mal schauen, ob ich da nochmal hochkomme zu einem Aussichtspunkt. Teilweise auch ein bisschen verrückt, was man hier macht. Die Stufen, die hier kommen, ohne Geländer, komplett nass. Ich bin oben angekommen und es gibt hier einen super Ausblick. Ich bin quasi hier aus dieser kleinen Nische rausgekommen und jetzt gibt es hier wie eine Art Plattform, auf der man halt runter auf die Stadt hier schauen kann. Ist schon sehr, sehr schön. Es gibt wohl noch eine Ebene weiter oben, eine ganze Anlage. Die ist aber leider hier im Ticket nicht mit enthalten. Also ich habe jetzt hier 20.000 Donen bezahlt und konnte mir jetzt halt die Höhle anschauen und diesen Viewpunkt hier angucken. Für die andere Attraktion muss ich nochmal extra bezahlen. Mal gucken, wie teuer das wird. Wir werden mich jetzt gleich auf den Weg wieder runter machen und mal schauen, wie teuer das andere sein wird. Beziehungsweise was es da zu erleben wird. Ich habe es geschafft und bin wieder unten. Hier hinter mir seht ihr nochmal den Eingang. Runter war es schon etwas glitschig und glatt, aber doch machbar. Und jetzt schauen wir mal, ob ich hochkomme auf die richtigen Marble Mountains, um mir da oben das ganze Terrain anzuschauen und mal noch einen anderen Ausblick zu bekommen. Ich habe mich entschieden zu laufen. Kostet 40.000 Don. Wenn ihr mit dem Fahrstuhl fahren wollt, sind es 55.000 Don. 55.000 Don sind ungefähr 2 Euro. 40.000 1,80 ungefähr. Es sollen nur 5 Minuten zu Fuß hoch gehen. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden. Auch wenn ich nach der Tropfscheinehöhle jetzt schon ganz schön schwitze. Aber wir wollen ja sportlich bleiben. Von daher... Ich bin jetzt durch mit meiner Runde hier. Ich habe mir alles angeschaut und ja, es ist eine tolle Anlage mit mehreren Höhlen. Man hat Tempelanlagen hier, man hat eine Pagode. Man kann entweder mit dem Fahrstuhl hochfahren oder aber laufen. Man hat auch Aussichtspunkte, wo ich jetzt hier gerade stehe und ja, einfach die Umgebung mir auch einmal anschaue. Richtig schön. Eine größere Anlage plant auf jeden Fall ein bis sogar zwei Stunden ein, wenn ihr euch die Sache hier anschauen möchtet. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg runter machen, denn ich will mit Nadja noch zum Strand gehen und dieses tolle Wetter ausnutzen. Wir sind wieder zu zweit unterwegs und jetzt auf dem Weg zum Strand. Es gibt hier einen Strand, der ist relativ nah an unserer Unterkunft und zwar der Miquel Beach. Das ist ein richtig schöner großer Strand mit einer großen Strandpromenade. Es gibt viele Restaurants und Cafés. Oh, warte mal, hier kommt ein Bus. Und das Beste ist, der Strand ist nur zwei Minuten zu Fuß von unserer Unterkunft weg. Also wir waren so gut wie jeden Tag am Strand und man erwartet es gar nicht. Bei so einer doch recht großen City, dass es da so einen tollen Strand gibt, der ist super sauber, super gepflegt. Und ja, wie jeden Tag gehen wir jetzt da auch hin. Wir sind jetzt bei unserem letzten Stop hier in Da Nang angekommen und zwar bei der Dragon Bridge. Dies vor allen Dingen am Abend total schön anzuschauen. Vor allem am Wochenende, also am Samstag und Sonntag, gibt es eine spektakuläre Show hier auf der Brücke. Da speigt der Drache Feuer und spuckt sogar Wasser. Das heißt, wir warten jetzt noch ein paar Stunden, bevor die Show beginnt. Also wir müssen sagen, die Brücke an sich ist ja schon eindrucksvoll, gerade wenn sie beleuchtet ist. Für Romantik-Fans hier gibt es noch wie eine Art Liebesbrücke mit diesen schönen rot beleuchteten Herzen, die die ganze Brücke zieren. Richtig cool, wenn man hier einfach mal einen Abend entspannen möchte, ein bisschen spazieren möchte, kommt auf jeden Fall her. Ihr könnt nicht nur die Brücke bewundern, ihr habt sogar noch diese Liebesbrücke hier und ihr könnt die Skyline von Da Nang auch noch sehen. Es ist jetzt halb neun am Abend. Die Feuershow soll gleich beginnen, noch ist hier relativ wenig los. Ihr hört den Verkehr auch noch hinter mir, es ist sehr laut. Wir sehen aber schon, dass die Straße abgesperrt wird. Also wir glauben, gleich geht es los und wir glauben auch, dass gleich hier mehr Leute kommen. Es soll echt immer so das Dinger-Wochenende sein, wo auch die Einheimischen herkommen. Wir haben ja auch gesagt, dass der Drache Wasser spuckt. Da sind wir aber sehr gespannt drauf. Wir haben die Regenponchos zu Hause gelassen, aber wir glauben einfach, es wird vielleicht eine kleine Fontäne geben. Mal schauen. Wir glauben nicht, dass es jetzt irgendwie einen großen Regenschauer oder sowas gibt. Aber wir sind gespannt. Halbe Stunde noch. Wir sichern uns hier schon mal die besten Plätze. Mal gucken, ob es sich das dann lohnt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber wir sind klitschnass. Bis zu dem Punkt, wo der Drache Feuer gespeichert hat, war es noch ganz witzig. Dann kam auf einmal Wasser auch noch raus und es hat uns einfach komplett nass gemacht. Alle Touris, die an der Brücke standen, wurden nass. Wir haben gar nicht damit gerechnet. Wir glauben nicht, dass es jetzt irgendwie einen großen Regenschauer oder sowas gibt. Die Kameras wurden nass. Wir sind nass. Und jetzt müssen wir erst mal gucken, ob wir es wieder trocken machen. Damit haben wir echt nicht gerechnet. Also wenn ihr das macht, dann nehmt irgendwie Ponchos mit oder bleibt in einem sicheren Abstand zum Drachen. Es ist unser letzter Morgen hier in Danang. Wir haben gerade unsere Sachen gepackt und sind fast auf dem Weg zum Flughafen. Es hat uns richtig gut hier gefallen. Danang ist eine, wie wir finden, tolle Stadt, wo man einiges erkunden kann. Ziemlich unterbewertet fanden wir. Wir haben von Leuten gehört, dass sie es nicht so schön fanden. Wir fanden es hier tatsächlich sehr schön. Und wir würden euch auch empfehlen, wenn ihr hier in der Umgebung seid, dann übernachtet entweder direkt in Heu an oder Danang und macht dann halt Tagesausflüge. Also ihr müsst nicht in jeweils jeder Stadt eine Unterkunft suchen, finden wir. Bei unserer Recherche haben wir festgestellt, dass in Danang die Unterkünfte größer und günstiger sind. Aber schaut ihr einfach nochmal nach. Ja, Danang war auf jeden Fall eine Stadt, wo wir uns richtig gut gefühlt haben und auch gesagt haben, es ist eine Stadt zum Leben. Wir werden, denke ich mal, auch einen Blogbeitrag hier nochmal über unsere Erfahrungen schreiben. Checkt das auf jeden Fall hier ab. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.